Mist. Okay. Jetzt wissen wir, wo wir unsere Verteidigung hinschicken müssen. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Oh, und wir sind erst an diesem Punkt hier. Okay, wir sind ganz schön zurückgefallen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Nun haben wir genug Holz, um die Palisade zu errichten. Ja, ist gut. In Himmeln. Sie wagen es, unser Kloster anzugreifen. Im Namen von allem, was euch heilig ist. Helft uns! Der Rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Der Rote Prinz versucht, Seradio zu vernichten. Wir könnten eure Hilfe gut gebrauchen. Jetzt kriege ich echt das Tor nicht mehr hin. Nee. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ist das echt euer Ernst? Wie ihr wünscht. Also, ich nehme mal an, sie haben die Mission gepatcht ein bisschen. Nun haben wir genug Holz, um eine Palisade zu errichten. Vielen Dank! Ich kriege echt jetzt die Krise, ey. Warum kann ich hier nichts mehr errichten, ey? Kann da oben hin, aber nicht hier unten hin. Was soll die... Ja, ich gebe die Idee. Na, also. So. Geht doch. So. Stadt gesichert. Dorfsichern. Äh. Ich glaube als nächstes die Kirche erst ausbauen. Vor dem Lagerhaus. Und ja. Oh nicht. Oh. So. Kirche. Und. Ah ja. Mit denen warte ich noch bis wir Honig kriegen. Ah ja stimmt und da war auch noch was. Oh und eine Apotheke natürlich. Eure Holzlieferung ist eingetroffen. Wir können mit dem Bau der Palisade beginnen. So fahrt. Und ja ich sollte wirklich immer ein Autosave machen. Sobald die Meldung kommt, dass ein Dorf angegriffen wird. Könnte nämlich auch helfen. Ich habe alle Dörfer beliefert. Verstanden. Schon unterwegs. Und dann noch eine Kompanie bogen. Dann dürfte es reichen. So Palisaden werden gebaut. Alles wird gebaut. Wir haben das gesichert. Und die Außenposten bitte verbessern. Sollte erhöhen. Leute die Messe schicken. Apotheke verbessern. Dich verbessern. Ein Dieb wurde entdeckt. Dich verbessern. Dieb abknallen. Dich verbessern. Du wirst ausgebaut. Hier ist alles ausgebaut. Gehen wir einfach mal die Gebäude durch. Hier werdet ausgebaut. Hier seid ausgebaut. 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 Wirst ausgebaut. Ja. Beide ausgebaut. Ausgebaut. Hier auch beide. Hier auch. Du auch. Hier auch. Du. Kannst noch ausgebaut werden. Ja. Und der Rest ist egal. Gut. Ah. Eindruckbogen schützen dann noch. Hi. Schon unterwegs. So. Nächster Schritt. Könnten wir ja jetzt mal beginnen. Zwei Tavernen zu errichten. Und einen Batzen Heilkräuter zu verkaufen. Ja. Ganz ehrlich. Äh. Menü. Schnell speichern. Mach den Quicksave. Hey. Alle bis auf euch. Hier wieder da rein. Ich glaube nämlich, wenn ich ihnen diese Lager kaputt mache, wegnehme, dass sie dann keine Angriffsmöglichkeit mehr haben. Ich hoffe es zumindest. Und ja, wenn ich ein paar Verluste hinnehmen muss, dann sei es halt so. So, Tavernen ausbauen. So, Tavernen ausbauen. Ohne ich sollte ich jetzt ein bisschen was haben. Der Rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Alles klar. Verstanden. Verstanden. Sofort. Jawohl. Je weniger Patrouillen der Gegner hat, umso besser. Stürmt los! Vorwärts! Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Sofort! So, da kommt ein Angriff von hinten. Wahrscheinlich, weil ich dieses Territorium angreife. Jawohl. Ei. Verstanden. Schickt er Patrouillen. Los. Tapfere Krieger. Schließt das Lagerhaus. Das ist voll. Verstanden. Auf euren Befehl. Stürmt los! Vorwärts! Nicht aufgeben! Verstanden. Es gibt kein Zurück! Verstanden. Wie ihr wünscht. Alles klar. Okay, die Bogenschützen ziehen sich zurück. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Jawohl. Wir können ja das Territorium einfach einnehmen. Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! schon unterwegs! Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! Schon unterwegs! Dadurch verliert der Rote Prinz schon mal eins seiner Außenlager. Jawohl! Hier ist halt ne Festung. Ne, wenn ich einen nehmen kann. Und hier ist auch eine. Was hier ist, weiß ich grad gar nicht mehr. Gucken wir einfach mal. Hey! dass mein Militär drüben angekommen ist. So, Lagerhaus ausbauen. Oh ja, Straßen. Okay, noch eine Festung. Alles klar, alles klar. Der Rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen Ihnen Hilfe schicken. Die Mitteilung heißt, quick safe machen. Das Lagerhaus ist voll. Auf euren Befehl. Verstanden. Jawohl! Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Alles klar. Jawohl! Auf euren Befehl. Was heißt jetzt erstmal Harking befördern? Oh ja, ich wollte schon weiter Straßen ausbauen. Ah, da kommt der Angriff, den ich erwartet habe. Wie ihr wünscht. Auf das Kloster. Sofort. schon unterwegs. Hey! Vielen Dank.